Obwohl, ich verschwende jetzt meine gesamte Position für das Dorf, äh, für dieses, für diesen Unterschlupf, oder? Ich sehe nichts mehr. Okay. Zurück zum Wagen. So, nehme ich jetzt den Wagen oder nehme ich den Jeep? Ich glaube, ich nehme besser den Jeep. Ist denn doch vorteilhaft in dieser Situation. Ja. So. Ich fahre ein bisschen mehr hier so lang. Also, vielleicht kann ich den ja so sicherlich nicht. Vielleicht kann ich den ja sogar durch das Wasser fahren, wo das Lachdruck ist. Was nicht so aussieht. Gut, ich sollte aussteigen und die Waffe zücken. Und jetzt soll ich ein bisschen vorsichtiger sein. Guck ich hier drauf an? Ja. So, mal kurz auf die Karte gucken. Das ist dort. Am besten, die da bemerken gar nicht, dass wir hier sind. Ähm. Das sieht nicht so aus, als hätten sie uns bemerkt. Dann sprinten wir mal ein bisschen. Und falls uns die Patrouille entgegenkommt, haben wir einen Jeep. Das ist doch eine sehr angenehme Situation. Jetzt gerade. Nachhinein brauche ich nichts Heilung, brauche ich nichts. Alles gut. So, nochmal ein bisschen sprinten. Können wir noch ein ganzes Stückchen hier sprinten. So. So, das ist es auch gar nicht, wenn wir an dem Durchgang, wo wir hin müssen. Und das ist gut. Ich mache jetzt einfach mal Schnellspeichern. Einfach nur zur Vorsicht. Einfach nur zur Vorsicht selber. Okay, ist der bewohnt? Äh, bewacht? Oder was auch immer. Egal, ich will hier runter. So. Ein bisschen schneller. Der Fels hat eine komische Farbe. Beziehungsweise ist das doch nicht wenig historiert. Warum muss die Mine so tief sein? Aber ich sehe sie. Ich sehe unser Ziel. Vielleicht können wir da ja auch schon so ein bisschen mit unserem schönen Scharfschützengewehr hinschießen. Muss das so überflutet sein? Und warum ist hier niemand? Da ist jemand. Da ist jemand. Das war gut. So, möglichst viele Pfeile verschießen. Also möglichst viele, nicht möglichst viele Pfeile verschießen, aber möglichst viele Pfeile töten, bevor sie wohl wissen, wo wir sind. So, wir haben noch ein, nein, zwei Schüsse. Wenn die beiden sitzen, dann ist das schon mal gut. Einer sitzt auf jeden Fall. Da sind aber viele. Der patscht in unsere Richtung. Aber wenn die beiden sitzen, dann ist das schon mal gut. Aber wenn wir denen, Mist. Naja, egal. So, jetzt gehen wir eh woanders hin. Oder wenn die zu uns kommen, ist das ziemlich egal. Ist sogar gut. Dann sind die da, wo wir waren und wir sind woanders. So, einmal kurz ins Wasser eintauchen. Gut. Jetzt tut er durch. Jetzt tut er durch. Gut. Gut. Oh Mann, nachladen. Nachladen schadet nie. Ach, du lebst doch. Munitionär. Ich glaube aber, es war trotzdem äußerst vorteilhaft, dass wir. Die machen Zeugs. Was auch immer. Aber die beiden sind unser Ziel. Und das ist jetzt, sie werden nicht mehr lange leben. So. Kein und freundlich. Und gar nichts. Ich bin so gut. Ich bin so gut. Heute erschießen Sie niemanden. Na? Ja. Sie Wichser. Na los. Halten Sie sich da raus. Nein. Das geht doch anders. Ich weiß, wo Sie herkommen. Sie brauchen die Kohle, genau wie ich. Folgendes. Erledigen Sie lieber Karonell. Ich könnte die Wachen schmieren. Sie warten auf dem Dach auf der anderen Straßenseite. Die Wachen öffnen die Läden und Sie drücken ab. Hm. Wollen wir das machen? Ja, okay. Machen wir das einfach mal. Ja, mit dem Auto. Ich wollte eigentlich vorne ansteigen. Wie gerne. So. Also müssen wir zur Hauptstadt. Ach Gott. Und gerade jetzt habe ich keinen. Äh. Das war witzig. Hier und Schipsen. Ja. Bist du wirklich tot? Was sieht so aus? Dann steigen wir mal ein. Jetzt haben wir sogar einen Jeep mit Waffe. Ups. Ähm. Gut, er kommt hoch. Nicht da. So. Lang. Ich war einfach da oben lang. Das passt schon. Wird schon passen. So. Ich mache jetzt einfach mal die Mission, äh, die optionale Mission. Weil ich die so selten mache, mache ich sie jetzt einfach mal. So. Kartwechsel. Ich hoffe, ich bin hier auch auf dem halbwegs richtigen Weg. Ich komme auf jeden Fall an einem Lager vorbei. Was mir nicht gefällt, was mir nicht gefällt, ich mag gar nicht. Ich würde einfach lieber direkt so durchfahren können. Was auch fast passen, äh, was auch fast klappt. Da bin vor allem etwas. Da gab es die Mandeln, aber die haben wir schon. Da bin ich jetzt schon wieder alle. Nein. Wir haben noch. Sehr gut. Dann werden wir mal mehr als nur eine Pille bekommen. Die haben wir erledigt und ich finde es sehr gut, dass wir mehr als eine Pille haben. Also, dass wir jetzt immer noch mindestens eine Pille haben. Sonst gibt man ja irgendwie meistens nur eine Einzige und das ist dann ziemlich nervig. Äh, da ist ein... Da ist ein Unterschlupf. Den nutzen wir doch gleich mal. Kann doch nicht schaden. So. Vor allem, weil er schon freigeschaltet ist. Rein da. Brauche ich Heilung? Nein. Hat sich nichts geändert. So. Wie eben, nur ganz kurz schlafen. Damit ich abspeichern kann. Speichern. Wir haben nach wie vor 84... Ach ne, das kann ich ja gar nicht sehen, wie viel wir haben. Das sieht man ja erst beim nächsten Mal abspeichern. So. Hier steht unser Jeep noch sehr bereit. Den können wir auch den einfach nehmen. Hier gerade aus und dann halt... Oh. So. Natürlich muss das noch operiert werden. Das ist ja aber kein Problem. So. Jetzt noch mal. Wo muss ich hin? Nicht nach da. Nach da muss ich. Gut. Und dann nach links. So. Links. Wer kommt denn auch gerade noch ein Jeep an? Also das läuft jetzt ja gerade richtig blöd. Das läuft so blöd, wie es eigentlich nur laufen kann. Der Seine Jeep kommt jetzt nicht hinterher. Das wäre natürlich genial. Also wir haben auf jeden Fall einen sehr, sehr guten Weg zur Stadt. Mal sehen, ob wir den einfach so fahren können, ohne dass wir noch irgendwie behelligt werden. Wenn das klappen würde, wäre das schön. Wäre das sehr schön. Und so wie sie es anhört, klappt es auch. Ich höre kein Jeep mehr. So, wir sind glaube ich schon, wir sind sogar schon in der Lichtschießen-Zone, oder? Ja, so gut wie zumindest. Also, wir sind fast da. Wir sind da, wo wir los sind. In der UFL-Helps-Centrale ist der irgendwie, sollte es auch anders sein. Oder da müssen wir hin. Was auch immer. So, die ist ja gleich hier, ne? Hier ist die gleich, jo. Moin. Darf ich rein? Ach ne, ich darf hier, ich soll hier einfach nicht rein. Ah, ich weiß schon Bescheid. So, hier rauf. Einmal Schnellspeicher machen. Was ist nach hinten gehen, so was wir nicht so wirklich gesehen werden Dafür habe ich jetzt mittlerweile auch wieder Munition Und ihn erschießen Ich komme aber gerade nicht ran So Och man Bleib doch mal stehen So, jetzt müssen wir irgendwie raus Hehehe Irgendwie Ist die KI leicht fehlerhaft gerade Uhuhuhuhuh Mist Oh man Ladehemmung Mist Maaan So Wie sieht's hier aus? Eindeutig höherer Widerstand als auf der anderen Seite Wie sieht's hier aus? Der ist auch tot, der hatte gerade Ladehemmung Ja, Ladehemmung nervt Das weiß ich Das weiß ich nur zu gut Oh Jemand neben das Oh man Oh man So So Wie lange haben wir hierfür nicht mehr Es ist Es ist die Waffe sogar komplett kaputt Ja, wir haben hier noch eine andere Na lustig höherer Widerstand als auf der anderen Seite Wie sieht's denn hier auf der anderen Seite aus? Können wir da aus? Das sieht hier relativ gut aus Ähm Ja, gute Frage Warum sitzt ihr hier fest? Ich will mal nochmal schnell speichern Weil das sieht hier ganz gut aus gerade Ich will jetzt mal was versuchen Ich renne Ich renne Los Schneller Da ist der Wagen Der steht schlecht Wir sollten da einsteigen So, wir sollten hier einsteigen Und einfach irgendwie weg Okay Gut Gut